D.W. Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Sлушай und повторяй. Die Wohnung Ich suche eine Wohnung. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Одna комнаte Ein Zimmer Die Drei-Zimmer-Wohnung Kuchnia Die Küche Wanne Das Bad Spalnia Das Schlafzimmer Gostinna Das Wohnzimmer Korridor Der Flur Podval Der Keller Die Miete Die Miete Wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Miete? Die kaltmiete. Kvartplata s uchetem kommunальных usług. Die warmmiete. Stoemysch kommunальных usług. Die nebenkosten. Skolka stoet kommunальные usluge? Wie hoch sind die nebenkosten? Degavor arende. Der Mietvertrag. Sie müssen den Mietvertrag unterschreiben. www.dew.com slash deutschtrainer www.dew.com